Weiß es nicht Dive room? Nee, 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 da Ich muss da jetzt nicht rein Aber ganz kurz hier die Dieses Gewächs Mal fisten Und ich meinte, nur eine Faust reinstecken Wir müssen es stoppen Ich merke schon, also das, was da jetzt gerade mit uns rumläuft, versucht uns zu helfen Also ich bin da jetzt Dann doch Positiv gestimmt Was zum Zum Geiern Ja, danke Bin dabei Das ist der Ark Der Ark, die Ark Die Ark Wo ist das Bild? Ich gucke mir erstmal Bilder an, danke Ich komme gleich auf dich zu War da noch irgendwo was? Da Nice suit Used to have one just like it What are you doing? What are you looking for? Corrupted data detected Restore files Natürlich Partial data recovery successful So, ich muss jetzt erstmal verarbeiten Dass die am Leben ist Es ist doch sonst Jeder tot Hä? Bist du Mensch? Sarah Lindwall Payload-Technikian At your service A rare sight, amir right? I'd say so You're the first Normal living human I've seen There's not many left down here Most of them are up on the plateau You mean at Omicron? Yeah There's no one alive at Omicron You've been there? I've been all over The power plant at Upsilon The ruins of Lambda The abandoned Delta Theta You've been to Theta? There's not a lot left of Pathos 2 And I'm the only living person you've met You mean I'm the last living human on the planet? I'm sorry Who are you again? Simon Jarrett Stationed out? Nowhere I used to work in a bookshop in Toronto Long story Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind Damn right it is Now what do you want with it? Take it to the Gunify Launch it into space That was the plan alright I've been guarding it ever since we brought it back to Tao I just couldn't bring myself to let go Tell you the truth I don't have the strength to argue And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here Go ahead Take it Thank you Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me Good one If I knew you'd come I would clean this place up a little bit I'm glad you came by Good to get this over with I still can't believe I'm the last one That's crazy Are you serious about me killing you? No I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin Simon This fucking sucks I don't want to live like this Shouldn't we be doing something to keep you alive? Why? You're the last human I just find it Disrespectful to our entire history not to fight this I'm sure we have the arc But you're the real deal Thanks That's probably the best compliment I've ever gotten But the truth is that the arc is all we have We'll have to accept second best You know Oh, is this grob She is the last person And we But she will not I understand I mean If you're the last person I mean This feels right Simon I want To die Sarah Just Think about it Go ahead Go save humanity What's left of it Be careful Puh Das ist harter Tobak Sie will nicht mehr Sie ist die letzte Und sie wird da jetzt ewig rumsitzen Sie ist Life Support angeschlossen Das heißt Sie ist auch total krank Und Puh Das ist Schwierig Life Support Active Disable Kannst du mit mir bleiben? Bitte Es wird nicht lange Jetzt Please Just stay What a crazy thing this was Life At least I won't have to turn 30 Hooray Was die ist noch nicht mal 30 Wish I could have died at home With my friends You've ever been to Greenland It's very beautiful Well at least when you get out of the city Nanak is busy And yes There's like 12 million people trying to get around But it's a great place Or rather It was a great place Before the comet ended it all You know what I prefer it this way I liked Pathos Liked my colleagues Ian Nick Jasper Even Catherine People thought she was weird Because she was quiet But she was cool Elman Simon You still there? I'm here Sarah Don't let him die Okay Send them out there Das war's Es gibt keine Menschen mehr The black box isn't active Probably found a way to switch it off Emergency food Emergency food By Nadine Masters A thorough look at What common chemicals And compounds Found at the Pathos 2 Could keep you alive In emergency situations Less accessed By Sarah Lindwell Through the veins A manual And how to keep Unconscious Or comatose Codex Fed through Intervenous drip Sarah Lindwell Methods on how to make room For additional payload After the casing Has been constructed And left delta Catherine Shun Also die Hat sich nochmal damit beschäftigt Wie man sich am besten Noch im Leben halten kann Oh Gott Ja Wir haben Den letzten Menschen gerade getötet Krasses Game Wirklich Wie denn sonst Was soll ich denn jetzt machen Kann man das hier irgendwie Compact freight lift Äh Bbbbbbbbbb Nee Firmary So Mach ich jetzt schon mal Den dive room Da müssen wir glaube ich jetzt eh hin Was Ja Okay 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 Ich verstehe Ich glaube immer noch Dass das der Johann Ross ist Der uns da gerade Versucht Zu helfen Und der seiner Mission Äh Vor Tau Äh Tau Wow zu warnen Irgendwie immer noch Treu geblieben ist Uh oh Hey solange jetzt hier nicht Irgendwie wieder der Typ da reinkommt Der komische Power suit Träger Ist alles in Ordnung No cargo detected Achso Attach Configure Configure failure So Das ist dran Jetzt kann man rumswipen Oh Gott was denn jetzt schon wieder Was haben wir denn jetzt mit dem Problem Sequence haltet Unable to equalize pressure Warum nicht Was ist los Hi Wollen wir noch was machen oder Okay 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 Das habe ich rausgezogen Das habe ich rausgezogen Ah da ist noch eine Geschmeidig bleiben War jetzt ein wenig so geil Ja Oh so die arg wird jetzt einfach weitergeleitet oder wie ich muss jetzt hinterher das ach so ich muss den kram aus dem weg schaffen jetzt nicht sicher kommt hier noch irgendjemand der mich verfolgt oder was das oh mein gott das war ja jetzt auch wieder das geräusch mein gott die arg ist aber ziemlich schnell unterwegs gar nicht eingeholt weiß nicht das ganze fühlt sich jetzt so ein bisschen schon fast nach finale an weil was soll denn jetzt da noch kommen ich da jetzt weiter ich möchte jetzt weiter ich weiß zwar nicht wer ist ich weiß nicht was es ist genau aber ich finde wie diesen diesen charakter der immer wieder versucht hat zu helfen wie ganz cool weil auf unserer seite ist das ist mal eine gute abwechslung wir waren die ganze zeit bis jetzt irgendwie immer auf der flucht weil uns immer so umbringen wollte aber zur abwechslung auch mal jemanden der uns helfen möchte einfach mal eine coole abwechslung wir müssen eigentlich nur den lichtern folgen oder wie mal stark von aus okay seit alpha ist das wo alles alles gegen die wand gefahren ist oder wie seit alpha nicht da wo jetzt wo aus oder so ich bin jetzt weiß nicht ganz sicher aber das jetzt so verstanden ja die türen kommen ja bekannt vor man kann hier die türen anheben ja hier sind auch ziemlich krasse gewächse irgendwie also hier war jetzt die zeit alpha wo jetzt wow ist und wow fing dann halt irgendwie nach dem kometen anschlag an anschlag aufschlag an die menschen dann beschützen zu wollen weil was übrig war war ja nicht mehr wirklich viel ne also sie hatten ja jetzt eigentlich nur noch das forscherteam und die erdoberfläche die kannst du ja nun echt knicken weil da ist ja alles ausgelöscht worden kommt hier auch noch mal irgendein gegner oder ja ich besyorum da ich 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 ich